Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Quick-Tipp-Montags, wo ich immer noch so kleine Technik, so kleine Gedanken zum Thema Fotografie mit drin habe. Heute das Thema Brechen von Regeln. Sicherlich weißt du, dass es in der Fotografie bestimmte Regeln gibt. Sei es jetzt zur Bildgestaltung, sei es zur Belichtung, sei es zum Thema Blende. Es gibt haufenweise Zeug, was man in dem Moment als Regel erachten kann. Doch es gibt oft genug Momente, wo es sich lohnt, Regeln zu brechen. Und das ist jetzt kein so einfaches Thema, weil viele gehen halt oft her und sagen, ja, ich habe halt die Regeln gebrochen und deswegen sieht das Foto jetzt so aus, wie es in dem Moment aussieht. Und nehmen das so ein kleines bisschen als Ausrede, um in dem Moment, ja, sich an nichts halten zu müssen, nichts lernen zu müssen, einfach zu sagen, ich fotografiere so, wie ich denke und alle Regeln sind mir egal. Ja, finde ich jetzt eher schwierig. Es ist nicht einfach, Regeln zu brechen an der Stelle. Fotografieregeln wurden eingeführt, weil Bilder damit oft, nicht immer, oft sehr gut aussehen. Und es gibt jetzt Momente, da passt das einfach nicht. Da möchte man vielleicht was anderes ausdrücken, da möchte man vielleicht was anderes zeigen und man kann halt nicht einfach alles so 100 Prozent, ich weiß nicht, nicht jedes Motiv passt auf die Drittellinie oder sowas in der Art, aber dafür habe ich jetzt ein paar Beispiele. Wichtig ist, es sollte immer einen Sinn machen, eine Regel zu brechen. Nehmen wir doch mal das folgende Beispiel. Drittelregelung kennt sicherlich jeder von euch, die sieht man in meinen Videos nicht. Ich wende sie nicht an, obwohl ich es könnte. Man sieht sie auch in vielen meiner Fotos nicht, weil es einen besonderen Grund hat. Normalerweise ist es okay, dass man ein Motiv auf die Drittellinie setzt. In der Porträtfotografie denke ich da so ein kleines bisschen anders drüber, weil es stark abhängig von der Kommunikationsrichtung ist. Wenn ich jetzt hergehe und dieses Video halt eher so zur Seite aufnehme und in diese Richtung spreche, erstens mal ist Schwachsinn, weil ich euch da nicht angucke, aber nehmen wir es mal in diese Richtung auf, dann, ja, ist es ein bisschen blöd, mitten im Bild zu sitzen. Dann würde es mehr Sinn machen, diesen leeren Raum hier hinter mir zu füllen, indem ich einfach so ein kleines bisschen weiter zurückgehe. Sieht auch gleich schon besser aus, ne? Einfach so in diese Richtung. Dadurch, dass ich aber direkt auf die Kamera zuspreche und die Kommunikationsrichtung direkt in die Kamera geht, kann ich mich in die Mitte setzen und kann das Bild entsprechend ausbalancieren. Dass ich das Hauptmotiv bin und dass hier rechts und links so einigermaßen ausgeglichen ist. Nicht 100%, ich habe hier rechts deutlich mehr stehen als links, anderes Thema, aber da ist die Drittelregelung beispielsweise nicht anwendbar. Es gibt auch noch eine andere Geschichte, dass man zum Beispiel hergehen möchte, daran erkennt man vielleicht ganz gut, wann man Regeln brechen sollte und wann nicht. Wenn ich, wenn ich hergehe und wieder die Drittelregelung anwende und in dem Moment nicht ins Bild reinspreche, sondern gehe in die komplett andere Richtung, so... Mein Gabel ist zu kurz. Dann schaue ich ja gegen eine Wand. Dann ist ja hier das Bild direkt zu Ende und was ist denn da hinter mir? Da ist viel zu viel freier Raum. Deswegen nutzt man das speziell, wenn man zeigen möchte, dass jemand gefangen ist. Vielleicht kennt ihr den Netflix-Film von Bo Burnham. Der hat genau das dafür genutzt, um das ein bisschen deutlicher zu zeigen. Weil man halt eben direkt eine Wand vor dem Gesicht hat und hat so, weißt du, das ist so ein einengendes Gefühl. Mega geniale Sache. Also, wir sorgen dafür, dass wir ins offene Bild reinschauen, damit wir eben dem Motiv mehr Raum geben. Wenn ich das nicht möchte, wenn ich das genaue Gegenteil zeigen will, lohnt es sich, eine Regel zu brechen. Ähnlich funktioniert das mit dem Bereich über dem Kopf. Der Bereich über dem Kopf ist was, wo ich sage, man sollte auf jeden Fall etwas Platz lassen. Nicht so eng anschneiden, sonst cuttet man es meistens so leicht an. Also, ähnliches Thema wie bei der Drittelregelung. Motiv, bisschen Raum geben. Was ist jetzt aber, wenn ich ein bisschen mehr von der Umgebung zeigen will? Wenn ich allgemein ein bisschen mehr zeigen will, dann kann ich dem Motiv extrem viel Raum geben. Das kann ein geiler Style bei einem Foto sein, wenn man ihn anwendet und wenn man ihn bewusst bricht, um eben mehr zu zeigen. Das nennt man Negative Space, ist auch was, was vielen Filmen eingesetzt wird, wenn es einen gewissen Grund hat. Der Grund für den Regelbruch sollte also nicht sein, ich mache es, weil ich gerade Bock drauf habe, sondern er sollte sein, ich mache es, weil beispielsweise meine Kommunikationsrichtung nicht zu einem Foto passt oder zu der Bildgestaltung passt, gerade das nach vorne sprechen, das ist ein spezieller Grund. Und das ist das, wo ich sagen würde, mag sein, dass du das anders siehst, vollkommen okay, ist jetzt nur ein Gedankenanstoß, dass man hier ein bisschen drüber nachdenkt, aber das ist der Punkt, wo ich sage, denkt bitte drüber nach, bevor ihr Regeln brecht, haltet auch nicht mit aller Gewalt jetzt an der Drittelregelung fest, weil in manchen Bildern macht es einfach keinen Sinn, in dem Moment, wo es Sinn ergibt, könnt ihr Regeln brechen, brecht sie bitte bewusst, aus einem bestimmten Grund und nutzt das, um eure Fotos noch ein bisschen besser zu machen. Alright, das war's für heute. Wer ein bisschen mehr zum Thema Bildgestaltung lernen möchte, wer ein bisschen mehr zum Thema Fotografie im Allgemeinen lernen möchte, ich habe gerade sehr viel zum Thema Bildgestaltung in meiner Fotografie Masterclass, einfach mal auschecken, Link ist unten in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank.